Werder erkundet und haben eine zweite Talis gefunden. Ich wurde fast von einem eigenen getötet. So, war eine sehr spannende Folge. Zieht sie euch auf jeden Fall rein. Dafür ist es auch eine XSL-Folge. Nachdem wir jetzt fast das Elixier fertig haben, und drehen nur noch die Sachen aus dem Nether, habe ich mich also im Nether ein bisschen erkundet. Ich bin im Nether etwas erkunden gegangen. Ich habe ein Nether-Festung gefunden. Oh mein Gott, ey. Und ja, jetzt fliegen wir da hin. Ja, genau. Ich lade die noch mal kurz auf. Ja, perfekt. Okay. Ich habe übrigens auch eine Battle-X gemacht. Die war relativ einfach mit Sticks und diesem Steering-Gitz hier. Die hat direkt den Effekt Schwungkraft. Mal gucken, wie stark die wird. Also, was brauchen wir jetzt noch für das Elixier da? Wir brauchen erst ein Magma-Cream. Die kriegen wir, indem wir Lohnstaub mit Schleimwellen machen. Okay, Schleimwellen müssen wir gucken, wo wir die kriegen. Dann, ein Nether-Watze sollten wir finden. Und eine Gasträne. Okay, für eine Gasträne sollten wir eine Waffe haben. Haben wir. Wir brauchen aber auch Ammo. Und keine Ammo. Wir haben nur Pfeile. Okay, dann müssen wir uns auf Bogen passen. Oh, wir haben hier unseren Bogen. Also, haben wir dabei. Okay. Wir landen später alles ein. Erstmal landen wir jetzt. Oh, wir sind schon gelandet. Ups. Das war etwas dumm. Zeig uns die Welt. Ist nicht das. Hey. Wo ist hier? Was? Oh. Oh, moin. Aua, aua, aua. Alter. Ich werde im Ammo bekommen. Das ist gut. Warum liegt hier... Äh, Zombies wollen nicht? Alles klar? Ich meine, wieso nicht, ne? Wieso nicht? Machen wir auf uns ein paar Blöcke hier. So, hier. Nein, warum legt das denn hier? So, die Festung erkunden wir jetzt erstmal. Ich wollte die mit euch erkunden, deswegen... Ich muss aufpassen, dass die kleinen Sohnen sind. Oh, Gold, 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 Gold. Oh, der bin richtig reingepackt. Oh, der bin richtig reingepackt. Oh, der, Gold. Oh, der, Gold. Oh, der, Gold. Oh, der, Gold. Nesserwarzen, yes, wir haben sie, wir haben sie. Perfekt, alles gut. Äh, was lassen wir hier? Erde. Wir haben Gold, wir haben Nesserwarzen. Uns fehlt also nur noch... ...Nagma Cream. Und ne Gas-Trainer. Frage ist, wo finden wir hier einen Gas oder eine Loa? Oh, da sind noch mehr von denen. Da sind noch Pigments. Ah, wir sollten uns gleich noch voll heilen, hab das Gefühl. Ja, noch ein Boat Cube. Geil. Was gibt der uns denn? Gar nichts. Auch geil. Ah, Eiscreme haben wir noch. Schokoladen-Eiscreme geht immer. Ich hab den Gas gehört. Äh, Moinsen, Moinsen. Ja, hallo, hallo. Bären sie weg. Wir haben die Effekte, lassen sie mich in Ruhe. Oh, wir haben Kohle. Geil. E- Komm da her. Oh, geil. Knochen. Gut. Äh, oh, ne, da ist ein Spawner, oder? Ja, wir müssen unser Eventar ein bisschen voll machen. Was hat denn jetzt los? Ne, das Ding wollte ich noch nicht. Moinsen. Ja, hier kommen sie nicht, ne? Ein bisschen blöd. Ja. Wie kommen wir hier rüber? Darunter? Ach komm. Da vorne da ist doch, der weiß eh keinen. Ähm. Moinsen einfach hier rein. Oh. Hallo. Hallo Welt. Wo ist der Karst, ist die Frage. Hm. Ich bin jetzt irgendwas gestorben. Vielleicht war was. Sorry. Ah, nee. Oh, was? Von wo? Von wo? Hä? Von wo? Ich seh' ich nicht, das Problem. Ich hab meine Trunks zugedrigt. Alter. Da steht glaub ich über der Lava, das ist nicht so. Oh, da sind ein paar mehr. Leck. Ist sie getroffen? Komm schon, steh' ich hab' ihn. Okay, wir müssen da hin. Nein! Ja, wir sind down. Geil. Oh, was? Scheiße. Das war dumm. Das war dumm. Ah, fuck. Ja, wir haben schon schwer, äh, im Bettraum, und da nicht. Mann, ey. Okay. Ähm. Ach, moin, Dalek. Ey, was willst du tun jetzt? Das ist weg. Ja, ja, Alter. Alter, warum gibt's hier so viel? Ja, 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 ja. Ist sehr gut. Wir müssen nur jetzt einmal kurz zurück und diese Gas-Tränen holen. Mir ist halt was schwierig. Alter, es leckt und unterbrochen. Was ist denn hier los? Mann, nach wegen der Chance. Ja, wir sind gerade in einer Sickwügel. Ich sehe auch nichts mehr, ne? Müssen... Auch wieder den Weg, wo wir gerade waren. Die Knochen. Gehen wir da rüber. Bam, bam. Bam, bam. Gehen wir hier lang? Genau. Und da hätten beide Gas irgendwo. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da hin? Können wir da überhaupt hin? Das würden wir nicht überleben hier. Wir nehmen, alter, den Weg. Mann, hör auf, wenn wir ins Computer. Das ist nicht... Hier war doch irgendwas, oder? Was gibt's denn da? Wir haben irgendeine Waffe gedroppt. Okay, da müsste irgendwo die Gasträne liegen. Na, sag nicht, die ist... Ach, wo war hier? Ja! Da ist sie! Wir haben sie! Oh, wir haben die Gasträne. Okay, wir haben die Gasträne. Wir haben... Ne, da warten wir uns. Fehlt nur noch... Lohen. Lohen, Lohen, Lohen. Ja... Können wir nur auf der Festung könnten. Das heißt... Äh... Ich stelle mal kurz eine Schwierigkeit her. Ich habe übrigens nicht gemerkt, dass wir... auf Qualify auf schwer waren. Wir müssen die Tüte jetzt wohl erlebt haben. Ach, Mann, was ist denn hier los? Kann ich sehen. So, ähm... Das sind Pigments. Ja, ich brauche mir nichts. Wir bräuchten die Do-One. Wo sind hier Do-One? Hallo! Das ist ein bisschen stark. Auf der Suche nach Lohen. Uns Schleim brauchen wir ja auch noch. Moin. Äh... Kann ich hier irgendwie... Ähm... Flashlight-Modus machen, oder was wir Licht haben? Sehr, sehr schön. Okay, wir müssen meistens hier oben bleiben. So... Fake-Lode, alles gut. Wo sind denn hier welche? Der End-Portress ohne Lohen? What should I have... What's going on here? Ich habe, glaube ich, das Gefühl, dass wir Loans selber spawnen müssen. Ähm... Weil eigentlich ist immer hier eine. Wenn ich kurz hier war, waren da auch welche da. Mir ist ja normal, ne? Überleb' ich das? Hierbei habe ich mich jetzt mal voll. Ach Gott. Ist das voll? Hätten wir überlebt, okay. Lohen... Sind die auch einfach so mal hier irgendwo? I don't know. Sieht nicht so aus. Hä? Da! Da! Oh, wir haben welche! Wir haben welche! Du kommst da hoch! Kommst, kommst da hoch! Äh, endlich! Ich dachte schon. Ja, ja, ich krieg dich drin nicht. Lass uns aufpassen. Moinsinn! Oh. Oh, moin. Schöne, schöne gute Tag. Ihr seid ein bisschen viele hier, wisst ihr schon, ne? Aua. Ja, genau. Ey. Was ist die vorigeige drei Jahre, um diesen Ort zu finden? Oh, Mann. Wir brauchen zwei Lohnrouten, glaube ich. Wir haben... Eins, zwei, drei. Ja, wir brauchen nur eine Lohnrouten, leider. Nur eine. Eine verdammte Lohnroute brauchen wir. Und einen Slime. Keine Ahnung, wo ich es nicht aufbauen soll. Ich weiß mal, ein Planet, wo wir noch nicht fahren, ne? Einer. Einen hatten wir noch nicht erkundet. Weil jetzt mal der abgestürzt ist. Ja, ich glaube... So, wo war der denn? Wer war der denn? Genau, wer ist hier runter? Wieso bin ich hoch? Oh, lol! Ich bin gestorben. Oh, ja, genau. Schub mich hier runter. Okay, hier ist einer. Ist so schlimm. Ich stehe mich einfach von hinten ran. Wollt ihr mich merken. Jetzt schubbt sie hier eine. Wäre gut. Wäre echt gut. Egal, schüttel. Wer macht das denn mit? Komm, ja, Lohr. Komm. Ob keine Lohnroute. Als wenn. Als wenn. Ja, Leute. Äh, wir haben keine Lohnen mehr. Das heißt, ähm... Ich muss suchen. Und zwar sehr, sehr viel. Doch! Oh, wir haben da noch weg. Wir haben da noch weg. Alles gut. Geh aus dem Weg, Alter. Oh, 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 oh. Naja, Veto, Veto, das ist. Eine habe ich. Geh, zweite habe ich auch. Wir sind da rüber, wir sind da rüber. Ich baue jetzt jetzt rüber. Bitte lasst ihr eine Lohnroute, die sie uns getraut haben. Eine. Schau, wir sind ja. Längere Seite. Diese Magma-Slimes. Warte, vielleicht trocken die mir ja eine Magma-Creme. Ja, natürlich auch eine Möglichkeit. Die zwei gleich. Ja, wie? Wie? Wie soll ich das denn machen? Wie? Alter. Ey. Das regt mich gerade so auf. Ne, ich will letztes Zuteil das noch kriegen. Ich will sie kriegen. Oh, moll. Ich bin auch zu dir wotig. Was ist das denn? Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Wir haben eine Magma-Creme. Wir haben es. Wir haben es, Leute. Wir haben es, wir haben es. Geil. Oh, jetzt kriegen wir es hier mit deinen Pizzen zu tun. Aua, okay. Doch, die tun doch noch weh. Ich brauche einen Platz im Moment. Ich brauche einen Platz. Ähm, ich brauche einen, komm' weg. Lass mich doch in Ruhe. Mein Gott, ich bitte doch nicht immer noch ein Kind holen. Oh, wir haben es. Wir haben es. S. Boah, okay. So, ganz schnell weg hier. Ganz schnell. Boah, Leute. We have all. Aber, wir werden das Ding erst nächste Folge zusammen craften. Boah, oder machen wir es diese? Ach, komm. Ich kann euch das. Ich kann euch das zum Ende. Ich kann euch das wirklich. Meine Jüde. So, mach mal, Cream. Gastrainer. Böderwarzen. Freund. Na, das kommt noch rein. anstrengend war das auf jeden fall keine ahnung warum ich den hab ich stell ihn einfach so ist er da ne jüdisch ne 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 gold nach unten, dann die leaves nach da, reifel sand, reifel stone, reifel blurt noch mal cream, reservatel, glas trainer oder andersrum? andersrum glaube ich ok, das nach links äh also ja, wir haben es, wir haben es we have the elixir of life den regenerationszyklus wurde gestartet yes 12 regeneration remaining ok also jetzt sobald wir irgendwie sterben, sollten regenerieren wir uns und das geilste ist, dass wir dieses ding hier oben am anfang schon gefunden haben wenn man 30 sekunden lang hinein guckt what the fuck äh den ist irgendwie grad ein bisschen broken wenn wir 30 sekunden dort hinein schauen, kriegen wir eine regeneration das ist nicht geil das ist nicht geil und irgendwie ist das ding grad verpackt umweg umweg na komm ne, nicht das schon wieder, mit ein ordentliches ne, ne gute was ist das denn hier 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 naja also wenn wir 30 sekunden dann reingucken, kriegen wir eine regeneration da wir aber gerade alle voll haben passiert nichts ich werde vielleicht gucken, dass ich ein paar skins finde, die ich in den skin folder reinpacke ja und dann würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen machts gut und ciao gut woher 되어 wie bil nicht das